Oh nö, Igitt, 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 das ist ja mal gemein, ist das widerlich, dieses Zeug, was ist das, das ist, äh, das ist, pinke Soße, mh, lecker, pinke Soße, das macht, das macht Sinn, weil bei Meat Boy waren es oft Lava, und Lava ist ja rot, und, äh, ja, damit klebt sich das auch, hier ist es, pinke Soße, Parfüm, Sie mag kein Parfüm, aber warum stößt sie dann selbst, welches, oder was auch immer sie da aus, stößt aus, Hilfe, wird langsam knapp, boah, oh ja, da muss man, da muss man ja verdammt schnell sein, Die pinke Soße will schneller sein Der Begel Ist sie aber nicht Ist sie nicht Nein War sie nicht, aber ich war irgendwie trotzdem nicht besser Als die pinke Soße Ah, shit Aber es wird noch Oh, das war zu hoch Oh, zu hoch Nein Wann kommt denn endlich eigentlich Meat Boy? Stimmt, den hat man noch gar nicht gesehen hier, ne? Ich glaube nicht Au Okay, nochmal Ab Dann hier hoch Und dagegen natürlich Damit es auch schön authentisch ist Macht doch viel Spaß, ne? Äh, absolut Ich bin ja sowieso immer der Meinung, dass die Welt nur gemacht wurde, um das ganze Spiel ein bisschen frauenfreundlicher zu gestalten Ja, sowieso Frauen stehen ja auch drauf Auf Kreissägen und Ja, ob sie gut Wissenschaftlich beliefen Ja Ah Und hoppa, hoppa Und hoppa Es wird, das wird irgendwann Äh, jetzt war es ein bisschen langsam von mir Wenn ich das schon so sehe, dann ist das Grauen voll für mich Nicht, nicht wegen dem Pink Ich hab nix gegen Pink Wer hätte das gedacht? Nee Pink ist, Pink ist, äh, absolut cool Ja, Pink ist die männlichste Farbe der Welt Oh, yeah Oh, yeah Echte Männer vertrauen auf Pink Pink, yeah Und da ist Meatball, schön Was zum? Wie geht das denn jetzt bitte? Was muss ich machen? Im Kreis springen Ja, sehe ich Au Äh, ich guck mal, wo sind denn die Schlüssel? Wo sind denn die Schlüssel? Siehst du sie? Ja, natürlich Nein Hilfe Ich schaue einfach mal, vielleicht finde ich sie irgendwo zufällig Ja, das kann ich nicht sehen, aber ich glaube, ich sehe Au Ich sehe mein To- Oh nein, ich sehe sie Ist das fies? Hast du es auch gesehen? Nee, leider nicht Boah, ist das gemein Ich will nicht mehr Äh, wieder nicht getroffen Bam, weg Probier ich's mal von der Seite, vielleicht klappt's besser Au Oder doch so Nein Daneben Boah, was für eine badass World Ja, sowieso Boah Und jetzt die andere Seite benutzen Nein, bei keiner von beiden Au Oh, wie böse Nö Nochmal So, so Dann Treffen So, so Dann Treffen Und na Wie komme ich da wieder runter dann? Runter das Teil Shit Oh, geknappt hat's Fragt sich jetzt nur, wie komme ich hier weiter? So rum Äh Los So Es geht nur so Das ist, äh, ja Wow Ah, shit Wow, so Jetzt warten Und jetzt ungefähr Boah, nein Ich hätt nicht gedacht, was ich die kriege Deswegen Bin ich jetzt blöderweise Abgekratzt Ja, shit Oh, man Das war wieder nix Hätte, wer hätte gedacht, dass ich die beide gleich mit einem Mal bekomme? Wer zum Teufel Hätte das Es war aber Gute, äh, gute Nummer, die hintergezogen ist Sagen wir so Leider nicht gut genug Ja Und zacka Nein, nein, nein Ja Grade A plus sogar Obwohl so langsam war, wenn man so will Äh, oh Gott Oh Gott Boah, das sind die übelsten Dinge Ja Die sind so scheiße Ja Aber sie sind Ja, an sich Ja, an sich Ja, an sich Genau wie Raketen Wo, wo Wo, wo Wo, wo Wär's schön gewesen mehr ich das auch streit weil das zieht sieht nett aus obwohl das restliche definitiv ich muss machen dass das Ding an der gegenüberliegenden Wand von mir immer abbreit das würde ich fast behaupten ein bisschen Freiraum haben böse Viecher das wird nix das wird nix ich habe es gleich gewusst weil der nicht gegen die Wand gepfalt ist wie ich wollte auch auch oh fuck besser langsam wurde es doch ein bisschen ernst hier aber nur ein bisschen nicht zu sehr hier da kommt da kommt aber ich sterbe au das war aber schon also das ist schon krank wenn da drei von den Viechern mindestens gleichzeitig erscheinen dann will man das gar nicht mehr nee definitiv eigentlich nicht ich glaube das ist ja wenn irgendwo geht das die ganzen Kunden kleinen kleinen Dinger da rauskommen die ganzen ekligen Kriecher die da noch da sind da ah ja oh fuck das war knn nein das war knall 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 au auch gibt's auch knia Nacht k-neine Ahnung k-neine Ahnung ähh b-b-b-b-b-b überall alle alles ich geh oh da hätte ich nicht reinspringen sollen, aber sonst wär' gut gewesen Schleicht, schlecht, schlecht So gut Wow, wow, wow Komm, jetzt hast du es War es jetzt, äh, war es eigentlich oder war es nicht? Ich glaube, es war kein Grade Ich meine auch, reicht Ich kenne hier sowieso Du erkennst mir nie nur die Hälfte, jaja So, wo sind wir denn jetzt? So, da sind wir, okay 18, 19 Komm schon schneller Nein, shit Nicht mal ansatzweise, ich glaube, da muss ich einfach schnell sein Ah, okay, dann nochmal Die ganzen Scheibenkleister nochmal Oh Das war jetzt auch nicht so schnell, würde ich sagen Ich kann dir mal wenigstens nachvollziehen, dass ich Meat Boy immer schön den Arsch aufreißen musste hier Und sie mir was raus zu Ja, aber ich weiß jetzt, wie ich da unten lang schneller hinkomme Würde ich sagen, würde ich behaupten Also, nochmal Taktik nach oben, äh, sollte die gleiche bleiben wie vorher Würde ich sagen Ist sie aber nicht, so gar nicht Zacki Fucki Ah Es wird Wopsa Ja Es sollte werden, meine ich Wow Nein Es musste ja beim letzten passieren Aufgrund meiner nicht so ganz Klugheit Ja Das könnte jetzt noch eine Weile dauern Könnte, muss nicht Vielleicht schaffe ich es auch zufällig Plötzlich Äh Eher nicht Ja, doch sollte man natürlich immer hoffen Ja, sollte man, könnte man Vielleicht tut man's Wow Ich versuch's mal so Au Vielleicht probier ich's wirklich mal so Die Richtig dumme Tour Shit, das war schon mal nix Nee, nee Ich versuch's nicht mehr auf die Richtig dumme Tour Ich versuch's wieder auf die Harte Au Äh, auf die Auf die sichere Tour, meine ich So So Ah Ich freu mich Dass ich so ein scheiß schönes Spiel hab Wuschi Na was, das Ding konnte mich doch gar nicht Das hat mich nicht gesehen Das ging nicht Oder so Ja, es hat gehört, da ist ein Bandage Girl, natürlich Genau, so etwa So, so weit Das war eh nix Von den Sekunden her Oder wär nix geworden, sagen wir mal so Au Könnt noch ein Stückchen dauern, bis ich hier den Grade schaff Aber sonst ist alles okay Ich weiß schon, wie sich die Kommentare häufen werden Scheiß doch auf den Grade, Mann Ja Hauptsache Äh Hauptsache irgendwas Hauptsache Du kommst mal weiter Und zeigst uns neue Level, die genauso scheiße sind Da ist was dran Ja Das ist doch nicht zum Aushalten Ja Ja Nein Das war schon mal nix von der Anfangsposition her Äh, Ausgangsposition Das wird nicht Es wird sowas von gar nix gerade Nee Hier muss man wirklich jeden einzelnen Schritt planen Wenn's geht Ja Man muss vorsichtig sein Und man muss gleichzeitig schnell sein Das ist übel Ja Ja Das ist es Ja 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 Diesmal aber Nee Warum treffen die Dinger genau da, wo ich stehe? Warum können die nicht einfach mal vorbeifliegen Das war knapp Schnell weg hier Das war wieder nix Immer da oben Wie soll man da noch ausweichen? Das ist teilweise so gemein Ja Macht doch nicht sowas, ihr bösen Ähm, was seid ihr eigentlich? Wie nennt man euch? Da kann man auch nix machen, ey Da wird man überall getroffen Irgendwelche... ach... Weiß nicht Ja, ich weiß auch nicht was Sieht aus wie irgendwelche... hmmm Kann sich nicht beschreiben Ich auch nicht Ah, hier sieht Hundes aus Irgendwas mit Hunden, ja Würde ich auch fast sagen Aber also so Höllenhund-mäßige Viecher halt Keine Ahnung Hey, das war gut Wenn's nur so weitergehen würde Wow Oh nö Oh Also diese eine Stelle wäre noch zu beachten Da kommen die aufgehenden Türchen von hinten Autsch Komm, jetzt schaffe ich das Irgendwann muss ja Irgendwann muss sogar mal das Glück, äh, mir Holz sein Würde ich sagen Würde ich so behaupten So nun Na Aber so nun nicht So wird das nix Und du bist sicher, dass dir das immer noch nicht langweilig wurde? Oh Oh Äh, ich will jetzt Die Antwort, die am freundlichsten erscheint Oder am Wahrhaftigkeitssten ist Die am wahrhaftigstigsten Ähm Mach ein Wie heißen die Dinger? Nicht Bulletin, sondern Ja, ich weiß Fast forward Ja Ja, so kann man's auch machen Oder was meinst du jetzt? Nee, eigentlich meine ich diese Video, ähm Annonations Wie heißt das auf Deutsch? Hä? Hä? Ach, egal Genau Ich weiß nämlich wirklich grad nicht Was meinst du? Annonations? An- 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 Ne, diese, ähm, ähm, ähm Also man macht so ein Video, lädt's auf YouTube hoch Und dann, wenn man da diese Blöcke da hat, wo man was reinschreibt noch Ach so Das Ja, wie heißen die? Ich weiß gar nicht Ja, diese, diese, diese extra Hinweise da Ja, so etwa Wah, grade 8 plus, so Wir brauchen also was nicht Was ist das da? Wuh, geht's 2. 2. 3.